Die Reise nach Oslo mit zwei Bussen wurde von Dissident Movement organisiert. Der erste Bus startete am 03.03.1995 um 3 Uhr morgens in Köln und sollte sich um 9.30 Uhr mit dem zweiten Bus, der in Hamburg startete, treffen. Der Kölner Bus traf aber eine Stunde später ein, da einige Verzögerungen auftraten und der Busfahrer ein riesen Arschloch war. So erreichte der Hamburger Bus nach drei Stunden Komplettfilzung des schwedischen Zolls und Schneesturm in Südschweden um 3 Uhr morgens die Location in Oslo-Romsos. Der Kölner Bus wurde ebenfalls drei Stunden lang gefilzt und kam erst sechs Stunden später an. Der Kölner Bus wurde über 4 Uhr morgens in Südden im Insurance wie in Heald- Argentin voices auf Köln und Hasne планlen ils verlesen um 4,9 Uhr morgens gegangen, aber um 2 Uhr morgens in Südden im Essen. Und so wiederhol, diese Musik nach Dissidentessions von Koramin zu Kölner Bus geht um 19aniawschrittes in Heald-N renne du bilva effort actually mit den Medik guess? Während die Mitfahrer aus Hamburg sich schon eingelebt hatten und die Breaker unter ihnen schon voll bei der Sache waren, versuchten die Mitfahrer aus Köln einen ruhigen Schlafplatz zu finden. Vergebens. Die Party fing an. Das Anliegen von Dissident Movement war, mit dieser Busreise die E-Pop-Szene international zusammenzubringen und Kontakte zu ermöglichen. Wie aus der Resonanz der Crowd zu hören war, ist das auch absolut gelungen. Hierfür sage ich danke und bis zur nächsten gemeinsamen Tour, hoffentlich nach Rimini im Sommer. Das ist Klaus, he ist ein Mouse. Das ist Paul, von England. Hallo. EJ Fuzzrate. Hallo. Das ist nicht ich. Was sind Sie? Was sind Sie? Sie sind nicht ganz. Das ist ein Schatz. Die Seite sind uns gut. Das ist ein Schatz. Ein Schatz. Das ist ein Schatz. Das war die Schatz. Live in Oslo, Norway, Pace, we're gonna slam tonight in the jam, B-Boys of Europe, Pace in it, nothing's wrong, a lot of people over here. I'm here with Fred. 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 I'm here with Fred.